Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Diegel. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video zu The Elder Scrolls Online. Ich bin jetzt hier auf dem PTS, auf dem Public Test Server. Die Dunkelbruderschaft ist zum Testen da. Und ich möchte euch heute im Video die neuen Sets vorstellen, die mit diesem TLC den Weg ins Spiel finden werden. Bevor wir damit anfangen, wir haben jetzt hier oben links eine neue Anzeige. Und zwar seht ihr Level 50, Champion 300. Das hier, das zeigt uns an, wie viele, naja, auf welchem Champion-Rang wir sind. Und die Veteranen-Ränge sind weg. Was hat das für Auswirkungen? Zum einen sehen wir jetzt hier ein Item für das maximale Level. Das ist ein Streitkolben des Mahlstroms. Bekommen wir eigentlich aus der Mahlstrom-Arena, aus dem Orsinium-DLC, wenn wir Glück haben. Und das Ganze ist jetzt hier für Stufe 50, nicht mehr für Veteranen-Rang 16. Stattdessen haben wir jetzt pro Veteranen-Rang 10 Champion-Ränge, die wir dann eben erklimmen müssen, um dann eben dieses Item nutzen zu dürfen. Hier steht Champion 160. Wir können natürlich auch Ausrüstung in anderen Champion-Rängen herstellen, also für 120, 140, für 80 etc. Je nachdem, was für einen Champion-Rang wir haben. Und dann heißt es also, Champion 160, wir müssen mindestens Rang 160 sein, um dann eben dieses Item nutzen zu können. Aber genug dazu, wir schauen uns jetzt hier die Rüstung an. Wir haben hier drei gecraftbare Rüstungen. Dann haben wir einmal hier die schon bekannten, Julianos, Histrinde, Hundingszorn. Sollte klar sein, Mahlstromwaffen, Monster-Sets, das sollte auch eben alles klar sein, die Schmuck-Sachen. Und dann haben wir hier Serpent, das sind die neuen Sets aus Sanktum Ophidia, beziehungsweise nicht die neuen Sets, zum Teil alte Sets. Da sind aber auch wohl ein paar neue dabei. Und dann haben wir hier noch Telva-Steine-Sets, die wir in der Kaiserstadt kaufen können. Da gibt es auch einige Änderungen. Das werde ich euch aber in einem anderen Video zeigen. Wir schauen uns jetzt hier die Craft-Bahn-Sets an. Quatsch Gladiator, nicht verwirren lassen. Das kann man natürlich hier in allen Variationen herstellen. Was gibt uns das Ganze? Also, der erste Bonus liegt bei kritischen Waffentreffern, der zweite ebenso. Und dann haben wir Waffenschaden. Und der fünfer Bonus liegt bei Gladiator von Quatsch. Eure leichten und schweren Angriffe treffen Ziele mit weniger als 24% Leben, zusätzlich mit 660 Waffenschaden. Das ist sehr, sehr interessant. Wir können das Ganze ja in mittlere Rüstung herstellen oder entsprechend auch in den Warms und Schwer nehmen. Das müsste man jetzt hier mal austesten. Ich werde das jetzt hier auf dem PTS tatsächlich auch machen. Selbe Anzahl an Champions-Punkten, Waffenschaden etc. Ich werde schauen, was macht mehr Schaden. Hundingszorn oder das Gladiatoren-Set. Wir können das herstellen lassen. Wir haben bei Hundingszorn ebenfalls kritische Waffentreffer, kritische Waffentreffer und dann eben 300 Waffenschaden, aber Max Ausdauer. Und es ist natürlich dann interessant zu wissen, in einer Execute-Phase, also wenn der Gegner weniger als 25% Leben hat, ob diese 660 Waffenschaden da irgendwie den extra Bonus von Hundingszorn oder diese glatten 300 Waffenschaden von Hundingszorn irgendwie ausgleichen können. Ich bezweifle es zwar, ich werde das Ganze natürlich austesten, aber vielleicht kann man das ganz gut mit anderen Sets kombinieren für das PvE. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Set. So, jetzt gehen wir zu Pelinal's Aptitude. Schauen wir mal, was das kann. Also, das ist auch ein craftbarer Set. Wir können es also in mittelschweren leicht herstellen. Und die Setboni liegen bei maximalen Leben, Ausdauerregeneration, Magikaregeneration und Pelinal's Talent. Eure Waffen und Magieschaden werden auf den jeweils höheren Wert angeglichen. Das ist mich ein bisschen verwirrt. Eure Waffen und Magieschaden werden auf den jeweils höheren Wert angeglichen. Wir haben also genauso viele Waffen wie auch Magieschaden. Wir haben Ausdauerregeneration und Magikaregeneration und Max Leben. Das sieht für mich eher aus wie so ein Set, das es einem ermöglichen soll, mit Hybrid-Bilds zu spielen. Das heißt also, wir nehmen mal an, wir haben 3000 Magieschaden. Wir würden dann ebenfalls 3000 Waffenschaden bekommen. Wir schauen jetzt mal hier in meine Charakterübersicht. Ich habe jetzt hier 1800 und 2 Waffenschaden und ich trage keinerlei Sets. Wir machen das jetzt hier mal testweise. Ich werde mir jetzt 5 Teile von der mittleren Rüstung anziehen. Nur um das Ganze mal auszutesten. So und ich habe jetzt hier den 5er Bonus. Wir schauen mal, mein Waffenschaden und mein Magieschaden ist tatsächlich auf 2006 angestiegen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mein Waffenschaden ist deswegen höher, wegen der passiven Fertigkeit von meiner, von der mittleren Rüstung. Das gibt mir nochmal ein bisschen mehr Waffenschaden. Aber das wurde tatsächlich angeglichen. Das soll einem wohl tatsächlich ermöglichen, dadurch, dass wir auch Ausdauer und Magikaregeneration bekommen, Hybrid-Bilds zu spielen. Ich sehe das eher, naja, vielleicht sehr interessant bei, bei, ähm, DKs, ne, Magikar-DKs, die dann vielleicht, ähm, verschiedene Skills nutzen möchten. Aus, ähm, zum Beispiel mit dem Schildschwertbaum, aber trotzdem noch mit Magikar-basierten Skills spielen möchten. Vielleicht kann man das da dann benutzen. Aber ansonsten bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich sinnvoll sein wird oder ob man da irgendwie, ja, was Sinnvolles damit anfangen können wird. Aber, okay. Wir gehen jetzt weiter zu Varens Legacy. Varens Erbe. So heißt das Ganze. Craftbar, wie gesagt, auf leicht, mittel und schwer. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Analysen wir dafür brauchen. Wir kriegen hier einmal Max Leben. Max Ausdauer, 4% erhaltene Heilung und Warenzermächtnis. Chance von 10% nach dem nächsten Blocken, dass euer nächster gewirkter Flächenangriff zusätzlich mit 3300 Schaden trifft. Also auch ein Set, das sehr stark nach Tank-Set aussieht, ne. Max-Meis Leben und Ausdauer. Klar, wir brauchen beim Blocken Ausdauer. Wir kriegen mehr Heilung. Das ist auch ganz nett für Tanks und Blocken, ne. Das schreit ja schon fast nach Schildschwert. Allerdings, hier geht es nur ums Blocken. Nicht um Blocken mit irgendwie Schildschwert, sondern wir können da hier mit jeder Waffe blocken. Und dann macht unser nächster Flächenangriff zusätzlich 3300 Damage. Allerdings, um wirklich Damage zu machen, da passen die anderen Boni nicht dazu. Also Max Leben, Max Ausdauer. Da holen wir nicht so viel Schaden mit raus. Also hier kann ich auch nicht gerade sagen, dass es ein wirklich tolles Set ist. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Mal gucken, ob man das mit Flächenangriffen kombinieren kann. Ob das nochmal kritisch treffen kann. Aber die Setboni sehen nicht so danach aus, als wären sie jetzt irgendwie interessant für Damage-Dieder. Ähm, die Sets, die kennen wir natürlich. Die Monster-Sets ebenso. Mh, 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 wo kommen denn die nächsten? Also die Serpent-Sets. Wir schauen mal alle durch. Da werden natürlich einige dabei sein, die wir kennen. Ganz oben eben das Treukönig-Schlechter-Set. Kyras des Treukönig-Schlechters. Das ist, äh, ein Set. Das gibt's nur, äh, in schwer. Es müsste auch Schmuck geben. Ich weiß nicht, ob dann Schmuck noch droppen wird. Es gab auf jeden Fall eine Halskette des Treukönig-Schlechters. Und hier haben wir eben Kyras, Beine, Stiefel, Hände, Gürtel. Ähm, einfach deswegen Kopf und Schulter freigelassen, damit wir das mit Monster-Sets kombinieren können. Und wir haben hier zweimal Waffenschaden. Waffenschaden, Waffenschaden, dann Waffen-Krit und Treukönig-Schlechter. Das Tötende eines Feindes gewährt euch 10 Sekunden lang größere Schnelligkeit, wodurch eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht ist. Gewährt größere Brutalität, was euren Waffenschaden um 20% erhöht. Ähm, naja, für einen Tank, der noch ein bisschen Damage machen will, ist das mit Sicherheit nicht schlecht. Es gibt ja auch einige Änderungen, was das Ressourcenmanagement mit schwerer Rüstung angeht, was auch sehr, sehr interessant ist. Da könnte man tatsächlich vielleicht wieder mit, ähm, Ausdauer-Tanks mit diesem Setup hier im PvP ganz gut spielen. Kommt natürlich darauf an, mit was man das kombiniert. Vielleicht mit Maschinenwächter-Set. Aber da gibt es auf jeden Fall einige interessantere Sachen. Also so könnte man unter anderem an Bewegungsgeschwindigkeit kommen. Aber größere Brutalität hat man in der Regel, zumindest im PvP, immer aktiv. Ein bisschen Crit, viel Waffenschaden. Müsste man halt mal schauen, ob, ähm, man das wieder ganz gut einsetzen können wird. So, Treukönigschlechte haben wir, dann haben wir das Set Eleganz, elegante Robe, elegante Jacke. Ja. Das Set, das, äh, müssten wir eigentlich auch kennen. Das gibt uns Magieschaden. Max Magica, Max Magica. Ja, also in der umgekehrten Reihenfolge die gleichen Setboni von 1 bis 4 wie bei, ähm, Magiekraftheilung. Und dann haben wir Eleganz. Schaden durch leichte und schwere Angriffe, ne, Schaden durch leichte und schwere Angriffe um 20% erhöht. Das ist mal eine Ansage. Wir waren die Setboni nicht mehr wirklich, ähm, ich hatte sie nicht mehr richtig im Kopf. Aber das hier ist natürlich ein sehr, sehr, sehr interessantes Set. Zum einen Max Magica erhöht den Schaden genauso wie Magieschaden. Der Faktor liegt bei 10,5. Das heißt also, ähm, 10,5 Magica erhöht euren Schaden oder den Schaden eurer Magica-basierten Fähigkeiten genauso viel wie 124 Magieschaden. Und dieses Set hier erhöht dann zusätzlich nochmal den Schaden unserer leichten und schwere Angriffe um 20%. Für die Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht so intensiv gespielt haben oder noch nicht so lange gespielt haben, es gibt etwas, das nennt man Weaving, ne, das, in das Angriffsmuster webt man quasi leichte oder aufgeladene Angriffe mit rein. Das heißt also, ich hab jetzt hier eine Fähigkeit, mit der ich Schaden mache, ich mach das aber nicht die ganze Zeit so, sondern stattdessen mach ich das hier, ich mach einen leichten Angriff, den webe ich mit rein. Das heißt, ich mach den erst und mach sofort danach die Fähigkeit. Das war vielleicht jetzt ein bisschen schnell zum Sehen, sondern ich schwinge erst mit der Waffe und dann mach ich die Fähigkeit. Aber um das abzukürzen, kann man diese Animation quasi canceln. Trotzdem geht der Schaden durch. Also die Animation wird unterbrochen, der Schaden kommt trotzdem durch und das beschleunigt das Ganze einfach, was euren Schaden pro Sekunde erhöht. Also Schaden, zack, ne, so würde das dann im Optimalfall aussehen. Und das Ganze kann man natürlich auch mit Stäben machen und da ist das Eleganz-Set natürlich nicht verkehrt. Und wenn unsere ganzen leichten Angriffe, die wirklich einen Großteil unseres DPS ausmachen und 20% erhöht sind, dann ist das schon eine große Menge. Werde ich auf jeden Fall auch mal testen auf V16. Das ist ein sehr, sehr interessantes Set. Die Ewige Okeda, das kennen wir auch. Ähm, da gibt es ja eigentlich noch, ich glaube, ähm, ein Anhänger, Schild und Schwert. Ewige Okeda, der ewige Krieger. Beinschieden der ewigen Okeda. Set, ewiger Krieger. Ähm, achso, ich habe jetzt ein anderes Set im Kopf gehabt, sorry. Gewährt 4% erhaltene Heilung. Gewährt kleine Eggers, wodurch ihr durch Anführer 5% weniger Schaden erleidet. Gewährt 1027 Max Leben. Und wenn ihr sterbt, verwandelt ihr euch stattdessen 3 Sekunden lang in eine Statue und erhaltet 200 ultimative Kraft. Solange ihr eine Statue seid, seid ihr gegen alle negativen Effekte immun, könnt aber weiterhin geheilt werden. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 10 Minuten. Und nochmal, gewährt 4% erhaltene Heilung. Okay. Interessant. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob kleinere Eggers tatsächlich auf dem Set drauf ist. Oder ob das nachträglich eingeführt ist. Einfach, weil das jetzt hier in Sanktum Umphidia in der neuen Version droppt. Aber, ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Na, was heißt interessant? Ähm, es ist doch ein Set, das ich kenne. Nur wegen kleinere Eggers war ich verwirrt. 4% erhaltene Heilung, Max Leben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tankset. Schwere Rüstung, ganz klar. Aber, persönlich gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ihr mit dem Standard, mit Standard-Tanks setzt, wie Histrinde, ähm, Fußsoldaten und Rüstmeister, dass ihr damit etwas effektiver tanken werdet, ne. Wobei 5% reduzierter Schaden auch nicht gerade verkehrt ist. Dann haben wir, äh, Fallible Ether. Äh, genau. Genau, unfehlbare Magierinnen. Mittel der Rüstung. Warmstes boshaften Ophidianers. Ne, unfehlbare Magierinnen. Set. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich, ich, ich hab jetzt nicht mehr im Kopf, ob es das Set, oder ob man das Set tatsächlich im Spiel bereits bekommen konnte. Wir haben hier Zauberkript drauf. Kleinerer Schlechter. Schaden gegen, äh, Anführer, also gegen Bossfeinde macht 5% zusätzlichen Schaden. Gewährt Magieschaden und bei 5 Teilen schwere Angriffe mit maximaler Stärke verursachen zusätzlich 85 Schaden. Feinde, denen ihr mit schweren Angriffen mit maximaler Stärke Schaden zufügt, werden 10 Sekunden lang mit einer kleinere Verwundbarkeit belegt, wodurch ihr erlittener Schaden um 8% erhöht wird. Ähm, das ist ein Set, das, wenn es in leicht wäre, mich wundert es einfach, dass es hier gerade in mittlerer Rüstung ist, wenn es in leichter Rüstung wäre und nicht kritische Zaubertreffer, oder, wenn es in leichter Rüstung wäre, würde das mit kritischen Zaubertreffern Sinn ergeben. Mittlere Rüstung ist für Waffenschaden, Waffentreffer, Ausdauer basierend. Aber wenn es leichte Rüstung wäre, wäre es ein sehr, sehr interessantes Set für Magikardekars, weil die doch mal eher mit vollaufgeladenen schweren Angriffen arbeiten oder damit ihre Rotation starten. In der Regel mache ich das zumindest mit meinem Magikardekar im PvE, ein vollaufgeladener schwerer Angriff und dann starte ich damit meine Rotation. Und da, ähm, ist der 5er Set bonus natürlich sehr, sehr interessant. Er macht ein kleines bisschen Zusatzschaden, das ist nicht viel, aber 8% mehr Schaden 10 Sekunden lang. Und in der Zeit laufen dann auch meine ganzen Dots. Die machen einfach so 8% mehr Schaden, dann kriege ich noch ein bisschen mehr Zaubercrit und mehr Marquis-Schaden und mache sowieso gegen Bosse mehr, 5% mehr Schaden. Werden dann also 13% mehr Schaden, nur durch das Tragen dieses Sets. Das ist also auch sehr interessant. Ähm, dann haben wir Nightmare. Nightmare. Albtraumritter. Ich glaube, das müsst ihr euch auch kennen. Schwere Rüstung, physische Resistenz, Max-Leben, Waffenschaden. Albtraumritter. Ihr erhaltet bei Nahkamp-Angriffen eine Chance von 20%. Narf eine 5 Sekunden lang mit kleineres Verkrüppeln zu überlegen, wodurch der Schaden, den sie verursachten, um 15% verringert wird. Also, ein Tank-Set, ihr bekommt mehr Leben, ihr bekommt ein bisschen Resistenzen und ihr bekommt ein kleines bisschen Waffenschaden. Was jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so wichtig ist als Tank, aber mit Nahkamp-Angriffen 20% Chance nahe Feinde. Ich nehme an, irgendwie so ein 5-Meter-Radius, das müsste, das müsste für nahe Feinde gelten, 5-Meter-Radius. Äh, machen sie weniger Damage. Und, ähm, das ist schon ganz cool, wenn ihr gerade viel zu tanken habt. Also, vielleicht gibt es ein bisschen Spielraum, ähm, dass wir, äh, nicht mehr so eine, naja, so eine Tank-Meter haben, wo es einfach heißt, ja, 5 Fußsoldat, 5, äh, Rüstmeister. Und das ist halt so das ideale Setup für Tanks, weil ihr damit über den Resistenzen seid, die ihr braucht, ähm, wo ihr so ans Maximum rankommt. Und, ähm, ja, vielleicht gibt es hier dann ein paar Möglichkeiten, noch anders zu tanken. Dann haben wir Shadow Dancers Raymond. Hm, das Kleidung des Schattentänzers. Okay. Das ist jetzt die leichte Rüstung. Maximaliker, Maximaliker, Magieschaden und Kleidung des Schattentänzers. Schleichen verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit nicht. Gewährt 124 Ausdauerregeneration. Aha. Okay. Maximaliker, Maximaliker, Magieschaden, das ist wie immer ganz nett. Aber schleichen verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit nicht. Um es mal zu demonstrieren, so laufe ich normal. Wenn ich schleiche, bin ich langsamer. Mit dem Set fällt das eben weg, dann würde ich eben so schleichen mit dieser Geschwindigkeit hier. Ähm, ist jetzt kein Fünfer-Set-Bonus, der jetzt wirklich, wirklich toll wäre im PvE. Im PvP ist er vielleicht ganz nett. Und da sind die anderen Set-Bonnie auch nicht verkehrt, ne. Die Leute, die kein Vampir sein wollen, die können eben, ähm, mit diesem Set spielen, ne. Für leichte Rüstung. Ansonsten gibt es das craftbare Stille-der-Nacht-Set. Das hat genau den gleichen Set-Bonus als Fünfer-Teile-Bonus für Ausdauerklassen. Dann haben wir Bistus-Blankler, Skirmisher-Spide, früher eines der Sets, die ich unbedingt haben wollte. Aber da konnte ich Sanktum-Ophidia noch nicht spielen, weil es einfach noch zu schwer war. Das ist ein sehr, sehr nettes PvP-Set. Der Grund, warum man es nicht weiter, also weiter versucht hat, an dieses Set ranzukommen, war einfach der, dass ja Ausweichrollen verändert worden sind. Sodass, wenn wir jetzt eine Rolle machen, ihr seht jetzt hier das Grün an meinen Füßen, das ist Erschöpfung, das erhöht eben die, äh, Kosten für Ausweichrollen um 50%. Ähm, und der, der Grund, warum man eben das dann nicht nutzen wollte, ist, weil der Fünfer-Bonus auf, äh, Ausweichrollen basiert. Also, das gibt uns einmal Ausdauerregnation, Waffen-Krit und Max-Ausdauer. Und dann eben Bistus-Blanklers. Ausweichrollen erhöhen 8 Sekunden lang euren Waffenschaden um 415 und eure Chance auf kritische Waffentreffer um 6,57. Das sind, hm, lass mich mal kurz überlegen, 2, 2,5% Krit, 2,5, 3% Krit, ich glaube so um die 2,5%. Ähm, wenn ich mich irre, sind die Rüstungsteile eigentlich alle in, ähm, passgenau gewesen. Ich glaube, die waren immer in passgenau, das erhöht, äh, reduzierte die Sprintkosten, was eigentlich eine ziemlich coole Sache war. Jetzt ist es so, dass passgenau nicht nur die Sprintkosten reduziert, sondern auch die Kosten für Ausweichrollen. Also, das hier ist jetzt zwar alles in erfüllt und göttlich, aber ich glaube, die Sachen, die droppen, oder ich hoffe, die Sachen, die droppen, sind immer noch in passgenau, weil dann würde das ganz cool sein. Dann könnten wir nämlich auf die kleinen Teile, äh, passgenau drauf machen und auf die großen erfüllt, dann lassen wir göttlich weg. Ist ja nicht so schlimm. Und dann können wir nämlich Kosten sparen bei Ausweichrollen um 9%. Das wäre eine sehr, sehr coole Sache. Und dann würde das Plankler-Set auch wieder gut sein. Dann könnt ihr ein paar Ausweichrollen machen, oder ihr könnt, ähm, ihr seht, 8 Sekunden lang ist das effektiv. Ähm, Erschöpfung haben wir nur 4 Sekunden lang. Ne, diesen Debuff, der unsere Kosten für Ausweichrollen erhöht. Und das bedeutet, wir könnten diesen Effekt mit den 415 mehr Waffenschaden dauerhaft aktiv haben im PvP. Das ist hier ein reines PvP-Set, weil im PvE werden wir nicht alle 8 Sekunden Ausweichrollen machen. Von daher kann man das eigentlich da vergessen. Aber das hier ist schon ein sehr, sehr, sehr ordentliches, äh, PvP-Set. 415 Waffenschaden, das ist mehr als Hundingszorn. Da könnte man auf jeden Fall daran arbeiten, äh, oder dafür arbeiten, das zu farmen. Dann haben wir Vicious Ophidian. Äh, boshafte Schlange. Ja, das kennen wir auch noch. Kritische Waffentreffer, kleinerer, schlechter. Schaden gehen Anführer, machen 5% mehr Damage. Kritische Waffentreffer. Verringert die Kosten von Auslauerfähigkeiten um 8%. Wenn ihr einen Fall tötet, erhaltet ihr 2000 Auslauer zurück. Erhaltet größere Schnelligkeit, wodurch euer Lauftempo 20 Sekunden lang um 30% erhöht wird. Gewährt 124 Waffenschaden. Also ich glaube, diese V16-Versionen von den Sets wurden zum Teil, ähm, wurden zum Teil einfach überarbeitet, upgedatet. Und wer es jetzt noch nicht erkannt hat, das scheint hier wohl das Set vom tödlichen Wissen zu sein. Von der Optik her. Das ist sehr, sehr interessant. Weil wir kriegen jetzt hier kritische Waffentreffer, Waffen, Waffentreffer, ne. Größere Schnelligkeit, Auslauer zurück, Waffenschaden, Erhöhung. Aber das Ganze hier ist in leichter Rüstung. Ich glaube, das ist hier irgendwo ein Fehler, dass das jetzt hier in leichter Rüstung ist. Weil das passt einfach nicht zusammen. Das wäre absoluter Käse, das so zu spielen. Ähm, dann haben wir Vipers Sting. Vipers Sting, warmster Viper. Das ist mittlere Rüstung. Kritische Waffentreffer, Max Ausdauer, kritische Waffentreffer. Vipers, eure Nahkraftangriffe verursachen 7.415 Giftschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 4 Sekunden eintreten. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Krit, Max Ausdauer, krit. Und dann extra Giftschaden. Und, ähm, naja, was, ähm, man muss halt mal testen, wie das DPS technisch so aussieht. Ich werde das auf jeden Fall mal gegentesten, äh, gegen die anderen Sets, die ich hier dabei habe. Und dann schauen wir doch mal, was die Dinge so können. So, und dann haben wir noch 4 Telva-Stein-Sets. Galerions Rache, Galerions Revenge. Das ist ein schweres Rüstungsset, wie es aussieht. Ah, wir kriegen das in schwer, mittel und leicht. Für Telva-Steine. Aha. Warum wir es in, okay, damit wir wahrscheinlich einen 511 Bonus hinbekommen können. Also, was können die Dinger? Kritische Zaubertreffer, Magiker-Regeneration, Magieschaden. Galerions Rache. Wenn ihr einen Feind mit einem leichten oder schweren Angriff trefft, so fügt ihr diesem 15 Sekunden lang ein Zeichen der, der, Revanche zu. Oder, ne, Galerions Revanche. Oh, hups. Ähm, mit 6 aktiven Zeichen detonieren diese und verursachen 5810 Magieschaden. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an den unermüdlichen Fokus von der Nachklinge. Ja, dass ihr da mit 4 leichten Angriffen an diesen Spektralfogen abfeuern könnt. Aber zum einen, die Dinger können kritisch treffen. Ne, also, hier auch das, diese, diese Detonation kann kritisch treffen. Und dann, ja, in längeren Fights, ne, ihr müsst dann halt mitzählen. Dann ist das halt ein ganz netter Boost für DPS. Also, das Set sieht interessant aus. Für Magiker-basierte Builds, Magiker-Drachenritter, Regeneration, Schaden, Zauber-Krit, auch nicht so schlimm. Und dann halt eben immer schön blocken, noch die Deto am besten aktiv haben. Ne, die geht nach 8 Sekunden hoch. Dann, wenn man das gut timet und dann vielleicht noch eine Ulti raushaut, dann kann das ein sehr, sehr interessantes Set sein. Dann haben wir Imperial Physik. Schauen wir uns das mal an. Haben wir auch Leichtmittel schwer. Bin ich auch mal gespannt, ob das tatsächlich so kommen wird. Wir kriegen Ausdauer-Regeneration, Magiker-Regeneration, gewährt 124 Waffen und Magieschaden. Und, solange ihr euch in der Kaiserstadt befindet, nutzt ihr die Macht der von euch getragenen Tether-Steine, um Leben, Magiker und Ausdauer, um 996 zu erhöhen. Solange ihr mindestens einen vierfachen Tether-Multiplikator besitzt, erhöht sich dieser Wert um 600%. Ja, also, Leben, Magiker, Ausdauer. Geht so um 6000 nach oben, wenn wir einen vierfachen Multiplikator haben. Das bedeutet, wir müssen, wir müssen mindestens mal 10.000 Steine dabei haben. 10.000 ist der dreifache Multiplikator und ich glaube, 10.000 ist der vierfache. Ich bin mir jetzt nicht mehr so 100% sicher, aber da müssen wir schon eine Menge, Menge Steine dabei haben. Also, das Set ist Käse, es sei denn, ihr wollt riskieren, dass ihr sehr, sehr schnell Steine verliert und mit vielen Tether-Steinen rumlaufen. So, wir haben jetzt hier Thues of the Harbinger. auch eben leicht, mittel, schwer. Wir haben jetzt hier Max Leben, Max Leben, Max Ausdauer. U10, AVA Heavy 1. Okay, das scheint ein Fehler zu sein. AVA ist Alliance vs. Alliance. Das scheint wohl ein Fehler hier zu sein. When you successfully block an attack with no duration, you deal damage to your attacker equal to 5% of your current health. Current value. Okay. Also, wenn du erfolgreich einen Angriff blockst, with no duration, ich bin jetzt nicht sicher, was das jetzt genau bedeuten soll, fügst du deinem Angreifer Schaden zu und zwar 5% deines aktuellen maximalen Lebens. Da wir hier durch diesen Set Bonus eh zwar bei Max Leben bekommen, ist das ziemlich cool. Durch mehr Max Ausdauer können wir länger blocken und es gibt ja auch Builds, die laufen dann mit 30.000 Leben rum und dann werdet ihr 5% Schaden eures Maxim Oxidus eures aktuellen Lebens haben. Das heißt also, wenn wir etwas weniger HP haben auf einer anderen Leiste oder wenn wir gerade Schaden genommen haben, dann wirkt dieser Set Bonus wohl etwas schwächer. Hm. Müsst mal gucken, ob man das gezielt gut einsetzen kann und dann haben wir Vice Cannon of Venom. Neues Set. Vice Cannon of Venom. Auch wieder in allen Formen vorhanden. Gewährt 933 Max Ausdauer, gewährt 124 Waffenschaden, gewährt 124 Ausdauer Regeneration. Das sind schon mal nette Werte. Tödliches Gift. Eure Angriffe aus dem Hinterhalt nutzen ein auszehrendes Gift, das 15 Sekunden lang insgesamt 15.936 Giftschaden zufügt und euch in Höhe des verursachten Schadens heilt. Jau. Die ersten 4 Boni sind schon sehr, sehr nett. Die kennen wir ja von Sets wie Leaky, Schildbrecher oder Morkuldin. Sind die gleichen Set Boni, nur in einer anderen Reihenfolge. Na, da kommt der Waffenschaden anstelle 4, aber Max Ausdauer Waffenschaden ist schon mal ganz nett. Wenn wir das in Mittelerrüstung haben, ist das wirklich ganz nett. Und Angriffe aus dem Hinterhalt, das ist ein schönes Set für Ausdauernachklingen. Auszehrendes Gift. 15 Sekunden lang Giftschaden. Wir erhöhen ja unseren Giftschaden auch über Champion-Punkte und wir werden dafür dann auch noch geheilt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Vize-Kanoniker. Okay. Jo, das sind dann alle Sets, die hier dabei waren. Ist dann doch wieder ein relativ langes Video geworden. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch darüber informieren. Ganz wichtig, das ist der erste Tag vom PTS. Es kann sein, dass die ganzen Setboni noch irgendwie angepasst oder verändert werden, dass da Sachen ganz anders kommen. Wie gesagt, da waren einige Sachen dabei mit leichter und mittlerer Rüstung, die irgendwie vertauscht waren, wo das überhaupt nicht gepasst hat. Ich glaube, das waren halt einfach Fehler. Ich glaube nicht, dass das so ins Spiel kommen sollte, so da reingehört. Auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte euch entsprechend informieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr zu The Elder Scrolls Online verpassen wollt, abonniert den Channel und wir sehen und hören es dann beim nächsten Video zum PTS. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.